Hallo und herzlich Willkommen zur 23. Folge von Project Han Stableville. Ja, äh, äh, was, 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 was machen wir heute? Ähm, ich hab mir überlegt, wir werden heute mal ein wenig dafür sorgen, dass wir mehr Energie bekommen. Äh, hinten von dieser Holzversorgung erstmal so weit wegkommen. Äh, und dann hab ich mir überlegt, wir werden wahrscheinlich trotzdem Blood Magic nutzen. Ähm, für unsere Baumfarm dann. Wir werden die Baumfarm komplett mit Blood Magic machen und werden die Farming Station dafür nutzen, dass wir alle möglichen anderen Dinge noch bekommen. Ähm, was jetzt hier, wer ist, äh, Karotten und so weiter sind. So, und heute werden wir gucken, dass wir, hier ist Sugarcane übrigens, äh, und da oben sind Gottoffeln. Die beiden Dinger brauchen wir, denn wir machen uns heute, ähm, jetzt hab ich's weggepackt. Rocket Fuel, wofür wir noch Hooch brauchen, wofür, also für Hooch brauchen wir Potato und Sugar, und für Rocket Fuel brauchen wir dann noch Gunpowder und Redstone. Redstone, hab ich jetzt nicht hier, Gunpowder hätten wir direkt hier, ach komm, dann machen wir, machen wir noch ein Slave. So, Moment, haben wir noch ein Draw Slave. Slave. So, ähm, ne, ne, 6 nur, so. Okay. Ne, funktioniert wieder nicht. So, 1, achso. Vergiss mal, dass ich da draufklicken muss. Das ist irgendwie, doof. Naja, gut, ähm, so, haben wir einen Draw? Ne, wir haben keinen Draw. Haben wir keinen Draw. Ähm, so. Okay. Bup, bup. Bup. Ähm. Okay. Sssssss. Da, da. So, geht schon wieder gut los. Kann nicht mehr tippen. Äh, was ist letztendlich Gold? Wir haben auch nicht mehr so viel Gold. Wir haben allgemein nicht so viele Erze diesmal. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Nur, es gibt, es gibt erstaunlich wenig unter der Erde. Vor allem Gold. Weiß nicht, ob ich auf der falschen Ebene bin, äh, auf der falschen Ebene bin, oder ich hab keine Ahnung. Naja, so, haben wir hier Sugar. Wir haben Sugar. 32 Stacks sind eigentlich viel zu viel für Sugar. Ähm, wir könnten mal einen ganz schmalen Draw machen, wo wir praktisch alles immer reinpacken, wo wir den komplett füllen. Äh, Moment, dann machen wir mal so ein Draw. Ähm, ein paar Slaps. Und dann diesen Draw. Der kann, hab ich noch Chests? Ich müsste mal welche haben. Ähm, glaube ich. Hoffentlich. Ja. Und dann müssen wir auch mal gucken, dass wir das alles mal ein bisschen schöner machen, dass wir noch ein bisschen mehr anstiegen. Vier, vier, vier Stacks, das sollte reichen. Mehr will ich gar nicht zwischenspeichern. Das heißt, wir packen das einfach mal, äh, da hin. Wäre doof, dann ist es nämlich am Gesamtsystem. Das möchte ich nicht. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall den Mechanical Crafter, den brauchen wir hier zwischendrin irgendwo. Äh, sagen wir hier. So, ähm, beziehungsweise, ne Moment, wo ist denn? Da ist schon okay, okay. Wie machen wir denn das jetzt? Äh, wir müssen ja eh alles rausballern und dann hier irgendwie rein, dass wir hier das so machen. So, dann hier unten, was sieht besser aus? So, hier unten den Slave. DC Draw. Achso, stimmt, wir gehen ja eben nach unten. Ich habe mich jetzt gewohnt, warum hier unten überhaupt noch ein Draw ist. So, dann packen wir hier oben den Mechanical User hin. Ja, na gut, ich brauche mal zwei Converts. Ist egal. So. Bup, bup. Ähm, jetzt müssten wir hier eigentlich dafür sorgen. Okay, wir machen es anders. Ähm, wir speichern alles hier rein. Das ist wahrscheinlich das Beste. Also, das hier mit Disablen. Extract. Achso, wir müssen erstmal definieren. Äh, wir speichern Sugarcane ab und wir craften das Sugarcane dann live. Das Problem ist nämlich, dieses Ding hier hat ein riesen Inventar. Also, ich kann es auf einen Slot, na gut, na gut, na gut, warte, ich kann es auf einen Slot minimieren. Fällt mir gerade auf. Dann machen wir das doch so. Dann machen wir jetzt alles zu. Ähm, immer noch ein bisschen Sugarcane, nehmen wir mal von allem jetzt ein bisschen was mit da. Ein Sugar, ein Sugarcane, was brauchen wir noch, eine Kartoffel brauchen wir noch. Ich bin voll im Inventar, wunderbar. Das war dumm. Sugarcane, das Ding. Kartoffel hab ich, äh, Gunpowder und Redstone. So, nun dann. Also. Ja gut, wir müssen ja eh alles irgendwie, ja, obwohl. Ich bin mir unsicher, wie ich das speichern möchte. Okay, wir speichern das mal woanders. Machen das mal in die Mitte. Äh, in der Hoffnung, dass es besser ist. Bin mir unsicher. So, das heißt, hier. Äh. Controller, Controller. Äh, nicht Controller. Ihr wisst schon. So, Moment, ich packe, ich packe einen kurzen Sack. Brauche ich nicht dabei haben. So. Okay, und dann packen wir es einfach mal hier hin. So. Okay, und dann muss ich mir jetzt überlegen, was da drin speichern möchte. Gunpowder. Botato. Ähm. Jetzt ist die Frage, Redstone halt noch. Eigentlich glaube ich Sugar, ne? Machen wir Sugar. Machen wir direkt Sugar. So, Moment. So. Ne, wir bräuchten mal noch einen Itemfilter. Machen wir mal das noch. Dass wir ein bisschen besser sind. Und keine Probleme kriegen. Filter. Advanced Itemfilter. Basic Itemfilter. Irgendwann ein Hopper. Und Papier. Hab ich noch auch noch. Ich hab noch zwei Papier. Ich hab auch noch. Hopper. Dann nehmen wir noch zwei hier von mit. Huch. So. So. Eins, zwei, drei. Äh, vier. So. Hopper hin. Basic Itemfilter. Ein Sugarcane. Und dann geht's los. Dann können wir den hier auch erstmal irgendwo hinstellen. Dann können wir den zum Beispiel oben hinpacken. Dann können wir jetzt alles mit einer Conrad machen. So. So. Disabled. Ähm. Und dann oben. Insert Output. So. Also Insert. Whitelist. Sugarcane. So. Genau. Whitelist. Watch Metadata. Ist total egal. Extract. Gehen wir auf den braunen Channel. Einfach nur um ein bisschen Verwirrung zu vermeiden. Falls es leer ist, dass praktisch das Sugar nicht hier oben reingeht. Ähm. Redstone. Always Active. Okay. So. Das Ding hier. Achso. Okay. Ich muss das gleiche Farbe machen. Das ist doof. Äh. Insert. Aber wir können hier Priorität oben machen. Also hier haben wir ein Insert. Hier unten haben wir noch ein Extract. Always Active. Okay. Erfüllt Redstone auf. Wunderbar. So. Dann bauen wir hier auch gleich mal diesen da. So. Nur um sicher zu gehen, dass da. Ähm. Nur ein Stack Sugarcane erstmal rein kann. Das Ding hat ja erstmal eine Priorität. Das heißt, er füllt das Ding erstmal auf. Auch mit dem Sugar. Falls wir jetzt hier mehr Sugar haben sollten, sollte er das dann auch nehmen. Ähm. Also es waren vier Stacks, ne? Ja. Okay. Jetzt füllt der Sugarcane auf. Auf einen Stack. Wunderbar. Das Problem ist, ich brauche irgendwas, um zu speichern. Und wenn ich... Vier Stacks sind eigentlich viel zu viel. Ich will eigentlich keine vier Stacks haben. Quitsch. Wir hoffen, wir verbrauchen nicht ganz so viel. Weil wir haben dann im Endeffekt fünf Stacks, ja. Wobei, brauchen wir eigentlich gar nicht zwischenspeichern. Was mache ich hier? Ich könnte es einfach direkt reinballern. Nein. Das war doof. Ich könnte es direkt in die Dinger packen. Was? Warum? Das mache ich hier. Das war jetzt doof. Entschuldigung. Ich entschuldige mich. Wir können es einfach direkt reinballern. Mit dem Filter. Also. Filter. Äh. Wir brauchen mehr Filter. Sugarcane. Achso, das Sugarcane ist da hinten drin, ja. So. Jetzt haben wir noch einen Filter. Ähm. Das ist doof. Ich möchte gerne mehr Filter haben. War es Papier? Da ist noch Papier. Ich hole mal ganz schnell noch Sugarcane. Hau. So. Dann bauen wir heute mal die. Hoffentlich unsere Stromverbrauchung ein bisschen besser. Denn das stört mich schon ein bisschen. Dass wir da nicht so viel Strom haben, dass ich alles machen kann. Und dann gucken wir mal, dass wir eine Erzautomatisierung noch hinkriegen. Die wahrscheinlich auch hier hinten kommt. Wo ich dann praktisch meine ganzen Erze. Dass ich einen Draw-Bereich mache für alle Erze. Und woraus es dann praktisch genommen wird. So, jetzt muss ich. Was mache ich hier hinten? Ich muss hier hinten. So. Also. Äh. Ein Filter. Äh. Zwei Filter. Und dann einmal noch ein Hopper. Wunderbar. So. Ich habe im Moment einfach überall irgendwie Kisten stehen mit Hoppern. Dann weiß ich nicht alles. Es ist faszinierend. So, eigentlich brauche ich ja noch mehr, ne? Eigentlich brauche ich ja für jedes Ding den Filter. Das ist schon wieder doof. So, Mensch. Ähm. Ja. So, also das hier wird. Hi. Gib mir deinen Kopf. Mir wurde jetzt auch in die Kommentare geschrieben. Ähm. Ein paar Dinge. Achso, übrigens. Bevor ich es vergesse. Mensch. Heute Abend. Ich glaube 19 Uhr. Äh. Machen wir endlich den Release von der ersten Version. Das ist eine ältere Version. Äh. Es kam jetzt auch vor, ich glaube, 20 Minuten oder so. Hat Immersive Engineering beschlossen. Hey. Du. Na? Wir hauen jetzt eine neue Version raus. Eine öffentliche. Also es gibt jetzt Immersive Engineering öffentlich für die 1.10. Es wird nicht mit in dem Modpack drin sein. Weil. Also das Modpack ist auch nicht das, was wir gerade spielen. Das ist das Modpack von vor dem letzten Update. Minus Immersive Engineering. Und offiziell. Und den ganzen Mist. Also. Ähm. Das haben wir ja am Anfang gesagt. Wir werden es immer so machen, dass wir praktisch das Zeug uns zusammentesten. Und wenn wir sagen, okay, es ist halbwegs stabil. Weil wir haben ja im Moment noch sehr, sehr viele Probleme. Beispielsweise mit dem Nutrition wird nicht angezeigt und so weiter. Und es wäre ja doof, wenn das dann alles praktisch immer so kaputt geht. Es ist unstable, klar. Aber. Ähm. Die Sache ist die. In dem Moment, wo wir ein Modpack öffentlich machen. Und. Der Server von ihnen crasht. Und was weiß ich nicht alles. Dann kommen sie zu uns. Und ja. Das brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben so schon genug mit unserem Server zu tun. Minecraft hat auch ein neues Feature. So ein Server Watchdog. Der. Überwacht, ob ein Server Tick zu lange dauert. Und wenn ein Server Tick länger als eine gewisse Anzahl geht. Und das haben wir bei uns jetzt hier lokal schon hochgestellt. Weil. Ja. 60 Sekunden. Wir haben manchmal Black Spikes. Die dann ein, zwei Minuten gehen. Ähm. Und das Problem ist, bei 60 Sekunden schaltet sich der Server aus. Deswegen haben wir das ein bisschen hochgestellt bei uns. Also der Server Watchdog macht im Endeffekt folgendes. Er guckt nach. Das ist von Vanilla Minecraft sogar, glaube ich. Ähm. Wie sieht es aus mit dem Server? Wann war das letzte, der letzte Tick Update? Oder was weiß ich nicht. Äh. Und dann schaut der. Moment. Äh. Über 60 Sekunden nichts passiert. Ich glaube, der Server ist tot. Das ist im Endeffekt, was der Watchdog macht. Der denkt sich dann nach. Mensch. Der Server ist tot. Ich. Ich denke mal, der ist gecrashed. Ich. Ich mache ihn mal aus. Das ist der Watchdog. Es ist teilweise schön, teilweise nervig. So. Warten wir mal jetzt. Erstmal. Hier muss jetzt Wasser rein. Das heißt, wir brauchen noch irgendwas, um Wasser zu speichern. Das heißt, wir machen Reservoir. Äh. Reservoir. Reservoir. Ich brauche Fused Quartz dafür, sind schon viel. Wie sind denn das jetzt? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12. Das sind 3. Ähm. 6. Ich brauche. 18. 3, 6. Also noch 24. Und dann nochmal... 12. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. So, okay. Und dann wieder brauchen wir Kogeln. Zwei Stück. Verdammt. Das Eisen macht nicht fertig. Es gibt irgendwie viel zu wenig Eisen auf dieser Map. Und ich habe auch noch keine Möglichkeit gefunden, das irgendwie gut zu erzeugen und zu machen. Ich habe eine Idee, was wir vielleicht machen könnten. Dafür brauche ich aber dieses Tome of Arca History noch. Und dann muss das auch alles so funktionieren, wie ich mir das jetzt überlegt habe. Ja, das wird doch lustig. Das kann ich euch versprechen. Lustig in dem Sinne von wegen, es wird nicht klappen. So. Okay, noch vier. Oder noch vier. Vier ist doof. Es sollte nicht vier sein, es sollte nur drei sein. Ich habe mich verrechnet. Toll. Das habe ich verrechnet. Um einen. Warte mal. 18. Wir machen immer Dreierpacks. Wir haben immer zwölf genommen. Immer ein Vielfaches von zwölf. Ist da eins verloren gegangen zwischendrin? Oder? What? Ja. Ja. So. Reservoir. Reservoir von Ender.io hat nämlich einen super tollen Effekt. Und zwar, wenn wir jetzt jetzt beispielsweise mal hinbaggern. Äh, baggern. Hm. Genau. Wir baggern das da hin. Und nehmen dann mal einen Eimer Wasser, beziehungsweise zwei Eimer Wasser. Also einen rein. Die Animation ist nicht unbedingt die schönste. So. Und packen noch einen zweiten Eimer rein. Flup. Wir haben eine unendliche Wasserquelle. Aus der wir direkt rauspumpen können. Und das ist wunderschön. So. Allerdings brauche ich dafür Fluid Pipes, die ich anscheinend nicht habe. Okay. Mensch. Ich habe überall die ganze Zeit einen Zombie. Der mich schon die ganze Zeit so ein bisschen nervt. Quiet Clear Glass. Brauche ich wirklich Quiet Clear Glass? So. Und jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wo der Zombie ist. Weil der nervt mich gerade ein bisschen. Ist der hier unten? Weil ich höre ihn so laut. Der ist hier unten. Wo bist du? Zeig dich. Ich wette, der ist hier. Hinter irgendwo. Hä? Wo will er sein? Hier ist er nicht. Da, wo ich ihn vermutet hätte. Ich gehe nochmal hin. What the fuck? Ich höre ihn extrem laut. Aber ich weiß nicht, wo er sein soll. Weil er es so laut ist. Ich höre ihn ja direkt hier. Hä? Ah ja. Warum steht der hier? Also manchmal... Zombies halt. So. Okay. Das wollte ich nur ganz kurz geklärt haben. Das hat mich jetzt genervt. Ähm... So. Das sollte fertig sein. Wunderbar. Dann einmal das. Und... Kann ich es auch mit Glas machen? Nein. Nein. Aber... Es hat das gleiche Ordictionary wie normales Glas. Das heißt, er hat jetzt das Zeug wieder umgewandelt. What... The... Fuck. Warum? Wenn... Wenn man es schon nicht mehr benutzen kann, warum ist es dann auch gleich geordictionary? Nein. Mann. So. Okay. Ganz ruhig. So. Extract. Always active. Juhiii. Brauchen natürlich irgendwann mal bessere Pipes. Die sind natürlich jetzt ein bisschen... So. In-Out. Auto-Extract. Äh... Ne, warte. Insert. Insert. So. So. Äh... Okay. So. Ähm... Hierhin haben wir dann die Items. Und da hinten kommt dann auch die Flüssigkeit. So. Das heißt, wir müssen hier... Nein. Mensch. Äh... Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Deswegen machen wir erstmal hier... Extract. Always active. Extract. Always active. Extract. Always active. Extract. Always active. Und dann... Äh... Insert. Und... Insert. Jetzt hat er da nicht was reingepackt. Ich wusste es doch. Einmal kurz angelassen und schon packte da irgendeinen Mist rein. Wie Kloster und Blöcke. Toll. So. Deswegen brauchen wir unbedingt mehr Filter. Was kostet denn so viel Eisen? Oh Mensch. Äh... Machen wir erstmal hier vorne. Wir können ja erstmal nur einen machen. Dass wir erstmal nur einen machen. Äh... Das ist doof ein Mensch. Extract. Mit Redstone. Signal. Raus mit dem Clay. Man braucht den. Und dann... So. Was muss da jetzt rein? Das war jetzt... Hooch. Das heißt, wir brauchen Redstone. Und wir brauchen Sugarcane. Äh... Sugarcane haben... Äh... Nicht Redstone. Und dann... Sugar und Potato. Potato. Potato war's. So. So. Also hier kommt eine Potato. Und das Ding braucht noch einen zweiten Slot, glaube ich. Jawohl. Ähm... Ich mach's mal wieder an. Nein. Ich will... Damit sich das hier ein bisschen auffüllt wieder. So. Damit wir ein bisschen Sugarcane wenigstens haben. Ansonsten haben wir gleich das Problem, dass hier... Na gut, ne. Wenn wir Sugar rausnehmen, ist das ja kein Problem. Das Problem wäre nämlich, wenn wir zwei Stacks Sugar hier drin hätten. Aber das sollte ja hoffentlich nicht passieren. So. Potato sind drinne. Wunderprächtig. So. Ich will nochmal sicherstellen, dass da alles funktioniert. So. Und dann müssen wir jetzt hier noch einen Sugar reinpacken. Sugar. So. Und wir produzieren... Äh... Wenn wir Strom haben... Stimmt, das Ding braucht ja auch noch Strom. Das habe ich vergessen. Verdammt. Nein! Wir brauchen ja erstmal Strom für den Mist. Nein! Also es sollte dann funktionieren, wenn ich hier einen Combustion Generator hinsetze. Oder zwei. Ja. Hm. Hätte ja klappen können. Ähm... Warte mal. Die Combustion? Brauchten die nicht auch Wasser? Ja. Ja. Ähm... Machen wir jetzt einfach mal so, dass wir die hier oben hinsetzen. Wenn es nicht das Schönste... Achso, ich kann es nicht finden. Ah. So. 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 Okay. Sie kriegen Wasser. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann könnten wir ja theoretisch erstmal ein bisschen Lava reinballern. Um praktisch hier drüben dann anzuheizen. Dann verbinden wir es gar nicht erstmal mit hier hinten im Netzwerk. Dann... Ich habe die dabei, ne? Die werde ich dabei. Ja. So. Das Ding produziert 180 AF pro Dick. Ähm... Hups. Nein. So. Ähm... Wie machen wir es ein bisschen mit dem Strom? Ähm... Bin jetzt nicht so begeistert davon, aber wir machen es einfach mal so. Und dann machen wir jetzt nochmal ein paar, äh, Fluid Conduits. Müssen die Flüssigkeit nochmal da hochballern. Was auch wieder wunderbar sein wird. Zerbaufunktion... Tja, ist das doch drauf. So. Ähm... Mal gleich noch ein paar. Auch wenn ich sie nicht alle brauchen werde. Okay. Dass es so schwierig wieder wird. So. Und dann müsste es jetzt hier oben in den Combustion Generator. Die Frage ist, wie machen wir es am günstigsten. Wenn wir einen nach oben gehen. Einen zur Seite. Wir machen es... Ach, ne. Hier vorne. Wir gehen einfach hier vorne hoch. So. Und dann einmal hier oben hin. Äh... Das Ding können wir mal disablen. Und dann... Die Dinger sind auf Extract. Äh, ne. Äh, Quark. Doch Extract. Äh, Extract. So. Und dann packen wir jetzt hier einfach mal einen Eimer Lava rein. Und dann soll das ganze Ding schon mal anfangen, Hutsch zu produzieren. Äh... Wo hab ich... Da. Nein. Da. So. Zerbau ist voller Block. Nein. Wunderbar. So. Kann ich... Nein! Nein! Ich kann es nicht reinklicken. Natürlich. Warum auch nicht? Äh, Mann. Moment. So. Extract. Always active. Und dann... Jetzt haben sich die ganzen Dinger gefüllt. Herzlichen Glückwunsch. So. So. Watt. Ach so. Insert. Insert. Ich kann es nicht mit Lava machen. Dein Ernst? Ich dachte, ich konnte doch Lava nehmen. Nicht? Äh, Mensch. Refuel. Äh. Compustion Generator? Ne. Ethanol, Hutsch, Rocket Fuel. Okay. Gut, dass wir das gemacht haben. Äh. Noch einmal. Hier rein wieder alles. Äh. Insert. Wow. 20 Millibuckets. Brotig. Das funktioniert wahnsinnig gut. Ähm. Gut. Dann nehmen wir einfach Hutsch. Dafür bräuchten wir aber Strom. Nein. Okay. Mal eins folgendes. Verwiss mich doch. Okay. Moment. Jetzt kommt da auch noch ein Zombie. Nein. Nein. Lass mich. 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 So. So, machen wir mal ganz kurz ein bisschen Strom, dass ein bisschen Hutsch kommt, so, ein bisschen Strom drin, das Ding verbraucht glaube ich mehr Strom als wir, ja, 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 ja. 62. So, wir kriegen unser erstes Hutsch. Kutsch haben wir hier und dann müssen wir jetzt hier noch sagen- kann ich den vorher konfigurieren? Oft kommt jetzt hier drinne. Gunpowder und Redstone, ganz schnell. Gunpowder, Redstone, Gunpowder und Redstone. Und dann mal umstelle ich auf Insert das Ding rein. Wir kriegen Rocket View. Ist dann hoffentlich leer. Achso, das Ding brauche ich. Moment, Moment. Flupp, Rocket View kommt. Irgendwohin? Ne. Ah, wir brauchen andere Pipes. Wir brauchen die stärkeren Pipes. Ich kann euch sagen, warum. Das Problem ist, bei den normalen Fluid Pipes ist es so, sie können nicht unbedingt nach oben pumpen, sondern praktisch nur je nachdem wie viel drin ist. Das heißt, die Pipe füllt sich jetzt langsam auf und bis die Pipe voll ist und hier oben drüber ist, kommt hier unten nichts an. Toll. So, Moment. Ähm. Hier, Fluid Flow respect gravity. Flow rate depends on Fluid. Bis kostet den Monster. So, war da mit Pressured. Fused Quartz, natürlich. Dann kriegen wir da auch 8. Dann kriegen wir auch 8. Ich hoffe, es ist noch verbuggt. Ich hoffe, es ist noch verbuggt. Ich habe nicht mehr so viel Quartz. Ich muss bald nochmal auf Quartzjagd gehen. Du, 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 du. Komm, 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 komm. Okay. Pille, lass es verbuggt sein. Wir werden jetzt nur eine kriegen. Ich sag's euch. Nein, wir kriegen 8. Yeah. Okay. So, jetzt will ich mal gucken, kann ich die auch einfach ersetzen? Ja, ich kann sie einfach ersetzen. Wunderbar. Wunderbar. Auch wenn jetzt natürlich die ganze Flüssigkeit wieder weg ist. Aber die Dinger produzieren jetzt. Wunderbar. Oh, da ist die Flüssigkeit gar nicht weg. Kann auch sein. Du kommst weg. Die sind voll. Das Ding ist voll. Das Ding... Das geht aber schnell. Yo. Hoho. Schön. Schön. Schön, 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 schön. Die Frage ist, verbraucht das dann eigentlich weiter? So. Problem ist natürlich, wir müssen... Kortaufeln. Und wir müssen, ähm... Im Moment kommen die beiden mit diesen beiden Kass... äh... Generator klar, ne? Da ist immer noch ein Rocket Fuel drinne. Warum sieht das Rocket Fuel nicht raus? Warum ist hier so ein Kreis? Ich mag keine Kreise. So. Okay. Ähm... Warum kommt hier kein neues Rocket Fuel rein? Wir haben zwei Millibugget... Achso, weil hier nicht auf Extract steht. Jetzt haben wir's doch. Na wunderbar, ich freu mich. Okay, wir haben jetzt... 320 RF pro Tick. Mit diesen beiden Dingern. Wir müssen mehr Kartoffeln produzieren. Wir müssen mehr Sugar produzieren. Weil wir haben jetzt unser gesamtes Sugarcane schon aufgebraucht. Und er verballert jetzt auch noch mehr. Weiß gar nicht, kann ich Rocket Fuel eigentlich irgendwie noch anders? Ne, ne? Da gibt's nur die Möglichkeit mit Gunpowder und Redstone. Was anderes gibt es nicht. Nein. Verdammt. Okay. Na dann. Und für Huch haben wir eigentlich schon fast das Beste. Das Problem ist eigentlich möchte ich gerne Päuschen und das Potato haben. Die kriegen wir aber nicht. Das ist doof. Ich möchte sie sehr gerne, aber wir werden sie nicht kriegen. So, warte mal. Huch. Apfel ist 3,5, aber Kartoffeln sind mit 4 glaube ich immer noch das Beste. Sollte es nicht mehr reichen mit Kartoffeln, sollten wir wirklich überhaupt nicht hinterherkommen können. Machen wir Äpfel. So. Wunderbar. Hier sammeln wir schön Rocket Fuel an. Das Zeug kriegt schön Strom. Ich weiß halt nicht wie, ob das Ding jetzt... Ja, es hört auf. Okay. Es arbeitet nicht mehr in dem Moment. Wunderbar. Okay. Das ist natürlich dann genial. Dann machen wir das auf jeden Fall. Mal gucken, dass wir es noch ein bisschen mehr ausbasteln. Und dann sollte es hoffentlich alles funktionieren. Ne? Also. Ich... Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sind schon wie viele Minuten drüber. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal eine Energieversorgung gemacht. Wir brauchen mehr Sugarcane. Das heißt wir müssen uns mal gucken, was wir... Ich weiß nicht. Funktioniert die Agri-Carnation auf Sugarcane? Ich weiß es nicht. Beziehungsweise kann der Mechanical User eine Watering Can nutzen. Das alles und viel mehr finden wir raus in der nächsten Folge. Cliffhanger. Keine Ahnung. Na gut. So Cliffhanger mäßig war es jetzt nicht. Ja. Naja gut. Dann gucken wir mal. Ähm. Was dabei rumkommt. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Auf jeden Fall. Ordentlich Rocket Fuel. Die Dinger gehen nur an, wenn sie wirklich anscheinend verballern können. Oder unter eine gewisse Schwelle fallen. Das ist sehr schön. Das heißt wir können dann später noch den zweiten Wert hinzuschalten. Wenn wir wirklich genügend Potato und Sugar haben. Was hier nicht unbedingt danach aussieht. Ja. Na gut. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Auf jeden Fall. Ähm. Bis zum nächsten Mal. Er wird ja sogar das Sugar nehmen mit. Ja. Er nimmt sogar das Sugar mit. Ja. Äh. Also wir müssen uns unbedingt da was einfallen lassen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Und mal gucken was wir da machen. Tschüss